Okay meine lieben Freunde, heute ist gegeben ein Anlass. Mein neuer Nachbar unter mir hat ein neues WLAN gekriegt, das ziemlich stark nach oben in meine Wohnung gestrahlt. Das ist mein Fußboden und ihr seht es euch schon. Unter dem Bett habe ich einfach nur eine Folie ausgelegt. Das ist eine ganz normale Alufolie. Auf dem Bett war früher der Teufel los. Ich brauche nur einmal da herfahren. Ihr seht es euch schon, wie das nach oben strahlt. Die Belastung ist gescheit viel. Sogar der Average-Wert steckt auf euch. Und kaum bin ich auf dem Bett und abgeschirmt durch die Folie, ist Ruhe im Karton. Also wenn du ebenfalls einen Nachbar unter dir hast, der etwas WLAN-mäßig über die Stränge schlagt, sagen wir es so, dann packt er einfach eine Folie unter das Bett und es ist Ruhe im Karton. Ja, noch etwas habe ich vergessen zu erwähnen. Die elektromagnetischen Wellen vom WLAN werden natürlich nach unten reflektiert. Das heißt, der Nachbar unter euch hat eine wesentlich höhere Belastung. Das Positive, er hat jetzt einen besseren Empfang. Das Negative, du hast deine Probleme zu seine gemacht. In dem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und Tschüss.